Mit Hilfe der bedingten Formatierung können Sie einzelne Zellen oder komplette Zellbereiche abhängig von bestimmten Regeln besonders formatieren. Zunächst zeige ich Ihnen, wie Sie einzelne Zellen mit der bedingten Formatierung hervorheben. Hierzu stehen Ihnen über die gleichnamige Schaltfläche verschiedene vordefinierte Regeln zur Verfügung. Sie möchten beispielsweise in der vorliegenden Tabelle alle Umsätze, die größer als 225.000 Euro sind, mit einer grünen Hintergrundfarbe versehen. Markieren Sie den Zellbereich, der die Umsatzwerte enthält. Wählen Sie die entsprechende vorgefertigte Regel und tragen Sie die Bedingung ein, die erfüllt werden muss. Wählen Sie nun die gewünschte Formatierung. Über den Eintrag Benutzerdefinierten Format können Sie bei Bedarf eine individuelle Formatierung festlegen. In unserem Beispiel wählen Sie den Eintrag grüner Füllung. Um vorhandene bedingte Formatierungen zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor. Markieren Sie den Bereich, der die bedingten Formatierungen enthält. Wenn Sie den unteren Eintrag anklicken, löschen Sie sämtliche auf dem aktuellen Tabellenblatt vorhandenen bedingten Formatierungen. Nun zeige ich Ihnen noch kurz, wie Sie alle Zellen eines Zellbereichs abhängig von den jeweiligen Werten mit grafischen Elementen kennzeichnen können. Hierzu stehen Ihnen Datenbalken, Farbskalen und verschiedene Symbole zur Verfügung. Um in der vorliegenden Tabelle die durchschnittlichen Temperaturen in Palm Beach und San Francisco besser miteinander vergleichen zu können, möchten Sie die einzelnen Werte mit Hilfe von Ampel-Symbolen kategorisieren. Markieren Sie hierzu den Bereich mit den Temperaturangaben und weisen Sie den entsprechenden Symbolsatz über die Schaltfläche bedingte Formatierung zu. Markieren Sie hierzu Markieren Sie hierzu Markieren Sie hierzu